man das war doch mal wieder ein stern das weckt so alte erinnerungen waren das könnte gar nicht glauben so wie viel wie lange haben wir jetzt gebraucht wir hatten wir hatten wir haben jetzt 20 minuten das heißt wir haben zwölf minuten braucht und fürs letzte wird noch zehn minuten haben dann haben wir deshalb stunde limit erreicht und ich habe noch selber eine halbe stunde zeit geben muss ich ganz ehrlich sagen ja halbe stunde für drei challenges daumen hoch habt ihr aber jetzt kommt soweit ich weiß meine lieblings challenge ich erkenne es gleich am namen beziehungslos mit einem rochen zu tun hat es challenge surfen ja genau ich finde sehr oft recht cool und ich glaube das ist sogar das letzte mal also das zweite und das letzte mal dass wir surfen werden und ich glaube die ja wie man ein surfer wird ja 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 es hätte euch die strecke an man die sieht doch total verschärft dass er jeden fall hallo du bist moment habe ich die stimme gehabt egal willst du den rochen reiten dieser kurs ist aber ziemlich schwierig willst du es trotzdem versuchen ich mach's in ordnung du hast aber maximal drei minuten der trick ist die ruhe zu bewahren und nicht den kopf zu verlieren drei minuten das dürften wir locker schaffen ich gebe mir persönlich ja bis seit 130 ok dann gebe ich mir 1 30 zeit aber ich will auch nicht sterben also vielleicht beim ersten versuch aber mal gucken ich habe zwar nicht jetzt extra zockt aber wo ich es zockt habe das war wirklich cool und wir fliegen 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 ohne kurve akku die in der letzten stage spiel ich die ganze zeit nur volk aus gewesen das kann ich mir nicht so leicht erlauben da fliegt man schon mal aus der kurve vor allem weil sie auch nicht grad dicker wird wie ihr seht ups und die wählen genau ein bisschen mehr ups ihr seht so jetzt kommt der looping wo nein 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 was ist heute los mit mir machen wir haben aber mehr leben als sie angefangen haben ist das nicht gut und noch mal so darum kriegt man schon leichter und wackeliges gefühl muss ich sagen so ups 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 und ab geht's wieder so ab geht mal so man hilft nicht immer so will es hier auf und durch durch die welt hüpfen ich weiß dass wir in der zampfer plant sind aber das ist ein bisschen übertrieben so so jetzt kommt wieder der looping so jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt geht's ab ja kurve und 1 30 schaffbar locker wir schaffen sogar 15 und die das ist eine verarschung ja hauptsache die bestzeit steht da ist egal ob das wer gemacht hat der kurze nach todes oder nicht ich hasse dich waren und ich hätte dachte es so wie keine ahnung dass man nach dem ziel einfach machen kann was man will naja ok machen wir es noch mal macht ja zum glück spaß weiter 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 hat die kurve ist echt heftig also da muss man schon mit der wie fernbedingung nicht so nach rechts für alle die das noch nie zockt haben oder keine ahnung die steuerung ist mit der links wie fernbedingung sowie beim challenge wollen auch links und rechts kippen also nicht einfach nach links und rechts drücken mit dem nand schack so einfach ist es ja dann doch nicht so und jetzt aber wir waren sogar noch besser und diesmal fliege ich nicht runter nur eine minute zwei dass er so eine zeit ist nicht einfach zu erreichen alle wollen dich treffen also gehe und begrüße sie ihren keks 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 oh man das war doch mal ein surfer kurs oh man so 65 sterne haben wir schon spechern bitte soja challenge figuren was sagt ja nun seid ihr stolz auf mich oder was oder wie oder wo und labert mit mir das zu der prüfung ist wieder macht ermutigen ja ja ok 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 ihr habt noch gar nicht bemerkt dass ich das alles geschafft habe also ihr geht mal auf neuesten stand man so wie wir in der tafel sehen können müssen wir ins schlafzimmer ich werde zwar jetzt keinen stern machen aber ich zeige euch welchen stern wir in der nächsten folge versuchen werden so hatte ich jetzt übrigens direkt danach auf neunfalls irgendwen interessiert ich muss eben ein kater zwischen wachen wegen der synchronisation ein bisschen das ist nicht komplett auszieht aber anscheinend werden wir hier in diese mystische fragezeichen box wandern was sich wohl dahinter befragt sehen wir dann später oder morgen oder wann ich immer ich das hoch lade so btf egal ich verabschmitte ich tschau leute bis zum nächsten part